hallo hallo willkommen zu part 47 f hallo und willkommen zu part 47 online part 40 los geht's los geht's hoffentlich wird sich warten ich habe keinen bock zu warten bitte nicht warten bitte nicht warten hallo ich muss warten nach kommen das sind doch jetzt echt in ernst ich warten muss ich hasse das warum kommt man nicht in die kreiszeit warum muss ich jetzt die kreiszeit ist wo ich warten muss ja ich kann ich kann doch das raus ist gleich beim anfang des trends eben obwohl vielleicht schon mal kurz darauf dass doch wie lange es noch dauert es ist ja komm würde es dauert ewig bis das geladen wird hallo was ist mit weh das ist mit weh los ich das ist gefrühst das bild hallo sag jetzt los ist es kein bock hat hallo wir haben das fehler hat die fresse als ob es das game abschwirrt hallo ich kann ja nicht raus aus diesem screen er hat zusammen gedauert er nicht mal hey komisch ehrlich man tut total ausfalls ist gleich so werden wir wieder da wären wir wieder ich bin immer eben die nur mit drei genau bleiben ist alles spiel aber bis zu ihr kommt mal angerannt genau gut passt los geht es erst in diesem part ob das betrug wird ob ich mal oder was ob ich was schaffe weil das spiel ist immer so betrug das spiel lässt manchmal spiels manche nett eben aber auch mancher böse eben das ist verschieden beim städtischen spiel mal bist du erster mal bist du zwölfter mal bist du dauernd abgeschossen die allmöglichen sachen du kannst es machen und machst du voll skill und schaffst es einfach nur dass du gut warst aber meistens so durch glück eben nicht wirklich nur dadurch dass du eben gut spielst du dann eigentlich nur reines glück eben entschieden besiegt eigentlich meistens aber auch anders und es wird raum wann ist das was ist eben athene athene aufwägen wo für mich jetzt eben markatur ok ach nee nicht markatur was haben wir alles da als jahre spanier japaner rieten aber auch dabei ok los geht's nicht b drücken ah ich hasse das immer wieder ich verwechse immer mit den beißen glöpfen mit f94 eben hallo ich habe keine reis da was geht's los geht's und wir es geht bald Oh shit. Bad. Yes. Die Hupe. Mann, ich will keine Hupe haben. Die bringt mir gar nichts. Als ob ich jetzt die Flaptraps weggeschneuert habe. So ehrlich, Mann. Die fliehen total weg, die Flaptraps. Die Flaptraps. Die Flapraster. Die Flapraster. Die Flapraster. Nein, ich bin ein Idiot. nein nicht getroffen ich sehe eben rein gar nichts jetzt sehe ich was danke danke Stachy dass du mal was dass du mal was Gutes tust das schafft man doch yes Platz 1 yes Alter ich hab's gezeigt das war auch Pech für den ehrlich man blusche kurz vorm Ziel das war Pech leider für ihn aber für mich ein grandioser Sieg im ersten Spiel im ersten Rennen das kann sich durchaus sehen lassen aber ich so ich war auf was und da kommt so ein Stachy und ich so jippie Stachy kommt das erste Mal dass ich mich freue wenn Stachy ist sonst hab ich immer so ein blöder Stachy jetzt hat er mir geholfen der Stachy hier mal die Steinblöcke hier mal die Steinblöcke so wie die auch immer machen die Steinblöcke ich verstehe auch nicht warum sie da und so knurren diese Steinblöcke eben warum machen die so ist das so die Steinblöcke machen so etwa zum Mario 64 haben die ja so gemacht aber warum machen die eigentlich so komische Geräusche wenn sie ich weiß schon das ist ein lebender Steinblöcke aber warum machen die so komische Geräusche wenn sie auf den Boden auf den Boden stampfen und Maritzen jetzt schon wollen das machen sie auch nur übrigens nur in zu Mario 64 eben in anderen Spielen machen sie gar keinen Ton wie in 2. Mario 7 3. Mario 7 danach eben kein Ton mehr was schon komisch ist ehrlich man ja gut ich darf sie sogar für 60 dann sind sie auch ganz anders ausruhen sagen da waren sie eher so Steine so Steine eben die auf den Boden knallten aber nicht wirklich Tworms die jetzt so aussehen wie jetzt eben ja gut das Geräusch ist eigentlich immer das komisch ist das Knurren wenn sie auf den Boden also nicht Maritzen schätzen wollen also wenn sie auf den Boden aufschlagen die Steinblöcke eben oder Tworms Tworms eigentlich aber Steinblöcke ist jetzt auch nicht gekehrt ok Steinblöcke 150 ccm ok los geht's Rennnummer 2 hallo da kriege ich was was machst ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komme von Bier, wir schlafen Bier. ach komm was ist das mann der ist aber echt fies raus weil ich da unten gefallen bin ich idiot das reicht nicht oder das reicht überhaupt nicht glaube ich platz 6 ja mittlerweile nicht ich bin heute auf immer auf das reicht jetzt schon das andere macht später so und das war es auch schon mit paar zivilgesellschaften online danke fürs zu sehr bis zum nächsten mal tschüss